herzlich willkommen zum folgenden videobeitrag in dem wir uns dem unternehmen dupli zuwenden werden das heißt wir werden gucken wer ist du überhaupt und natürlich was viele interessiert kann man mit dem unternehmen dupli tatsächlich geld verdienen und dazu werden wir uns anschließend die top ten der top verdiener im unternehmen anschauen das unternehmen wurde bereits 2003 gegründet also mittlerweile weit über zehn jahre auf dem markt der gründer und ceo des unternehmens ist michael hansen und die produkte welche dupli anbietet sind unter anderem die shopping malls mit vergleich preis technologie und cashback dazu kann man einfach artikel eingeben und vergleichen und anschließend sparen man kann zudem einfach und schnell reisen buchen und auch hier ein cashback erhalten zudem hat dupli ein der in der themenbereich hier kann man unter anderem musik videos und radio stream die playlist dazu abspeichern und man kann auch online games spielen bei dupli zum aktuellen gibt es eine kostenfreie möglichkeit also man kann sich kostenfrei anbinden aber auch kostenpflichtig aktuell sobald ich das recherchiert habe kostet dort das paket knapp unter 100 euro und dann bekommt man unter anderem noch mal einen zusätzlichen cashback und dazu auch unter anderem eine kreditkarte mit der man zum beispiel auch dann sein geld sein cashback auszahlen lassen kann der sitz des unternehmens hauptsitz befindet sich in zypern und kombinuen zu den top ten also die leute die mit dupli bereits sehr gute einkünfte erzielen leider ein bisschen klein geworden hier die schrift der präsentation doch ich werde hier auch noch mal den oder die drei top verdiener vorlesen damit du auch das noch mal akustisch wahrnehmen kannst wir fangen an mit thomas karrer diese hat erzielt nach meiner recherche 20.000 us dollar im monat auf der neunten position jork krauskopf klingt übrigens sehr deutsch wahrscheinlich ein deutscher kollege womöglich aus der schweiz oder österreich konnte ich allerdings nicht nicht recherchieren diese diese person verdient ebenfalls 20.000 us dollar im monat jan lewandowski ganz wie der fußballspieler aus bayern mit seinen familien name ebenfalls 20.000 us dollar im monat weil der richter klingt auch sehr deutsch also höchstwahrscheinlich auch eine person welche aus österreich schweiz oder deutschland kommt mit 25.000 us dollar dann hier eine weitere person durch den namen nicht aussprechen kann ebenfalls 25.000 us dollar monat hier eine person mit 26.000 us dollar im monat hier ein eine person die ich ja die mir bekannt ist das ist thomas schmitz spricht deutsch lebt derzeit nach meiner recherche in dubai und ist auch hier in deutschland also im onlinebereich baut er hauptsächlich sein geschäft soweit ich das recherchieren konnte auf und verdient mittlerweile mit dubi 100.000 us dollar im monat hier eine weitere person mit 125.000 dollar us dollar monat hier der vorletzte platz mit 150.000 us dollar im monat und die nummer eins die ich recherchieren konnte ist christian höhnicke klingt auch ziemlich deutsch allerdings konnte ich recherchieren aus welchem land die person kommt jedenfalls verdient dieser mensch mit dubi nach eigenen recherchen etwa 300.000 us dollar mit diesen unternehmen alle angaben natürlich ohne gewähr das heißt es kann sein dass die einkommen mittlerweile dieser person höher sind niedriger sind und natürlich auch was die vollständigkeit betrifft es kann sein wird wahrscheinlich auch so sein dass noch viel mehr personen hier in der top ten gelistet werden könnten womöglich gibt es da personen die schon mehr verdienen ist natürlich so dass nicht jede person aus verschiedenen gründen seine eigenen verdienste offenlegt es gibt natürlich auch noch viele weitere leute die weit unterhalb also die das auch offen gelegt haben und unterhalb knapp unterhalb von 20.000 us dollar im monat verdienen also auch das sei an dieser stelle erwähnt also dubi auf jeden fall konnte sich als zusammenfassen als fazit das unternehmen konnte sich jetzt mittlerweile seit über zehn jahren behaupten das ist natürlich schon mal sehr positiv inwieweit dort echter kundenumsatz generiert wird ist natürlich sehr schwer zu ja zu recherchieren doch für einige für mehr als eine handvoll von menschen konnte auch letztendlich dubi mittlerweile ein weit überdurchschnittliches einkommen generieren also man kann mit dubi bis zum jetzigen zeitpunkt das kann man festhalten mehr als attraktive einnahmen aufbauen falls du eventuell dubi partner bist oder dich damit auseinandersetzen möchtest mit diesem unternehmen zusammenzuarbeiten dann ja kann ich nur empfehlen an dieser stelle dich an die leute zu wenden die dementsprechend dort das business aufbauen wenn du vielleicht zusätzlich informationen bekommen möchtest wie du rein über online dein geschäft aufbauen kannst und das ja automatisiert oder fast vollständig automatisiert dann kannst du auch unterhalb des videos in der video beschreibung weitere informationen kostenfrei anfordern wo die unter anderem gezeigt wird wie ich persönlich schon weit über 400 first liner also erst linien im multilevel marketing bereich aufbauen konnte viele sind froh wenn sie das allein in ihrer struktur hätten als weiteres möchte noch auf den blog artikel verweisen auch unterhalb des videos falls nicht direkt bereits von dem blog die das video anschaust auch im artikel des blogs werde ich noch mal ausführlicher auf informationen zu dubi zu sprechen kommen abschließend möchte ich sagen dass ich kein vertriebspartner bei dubi bin das heißt ich bin selber bei einem anderen unternehmen aktiv doch das heißt natürlich nicht erfreulicherweise dass es auch weitere unternehmen da draußen gibt mlm unternehmen welche funktionieren und dubi bis zum heutigen zeitpunkt ist eines der mlm unternehmen die offensichtlich ziemlich gut funktionieren das war es in diesem video ich wünsche dir weiterhin viel erfolg und alles gute liebe grüße aus ferien bei matthias schauscher